Ich habe mir sagen lassen, das war früher das Parlament. Ja, aufpassen hier Leute, durch die Straße. Ja Leute, ich bin in San Miguel, ich bin in der Hauptstadt San Salvador, ich mache mir das nochmal an hier. Und jetzt geht's mir nach ein paar Geräusche. Ich bin in der Nachfrage. Ich habe mir sagen lassen, das war früher das Parlament gewesen, jetzt ist das im Museum. Was ich hier interessant finde, ist das hier. Projekte de la Bibliotheca Nacional de El Salvador con la Asistencia de China. China ist hier vor Ort und übernimmt das Bauen. Tja, Europa verpennt erst mal wieder. Und dann wundern wir uns, dass Europa nichts mehr zu sagen hat bald. Aber das ist mal so nebenbei gesagt. Polizei sieht man überall hier, oder Militär, oder weibliches Militär. Die Leute sind hier auf dem Markt gelandet. Ich muss nachher noch rausfinden, welcher Markt das ist, aber hier sind so viele Märkte. Die Leute sind freundlich, wirklich, also sind immer freundlich zu mir hier gewesen. Man kriegt immer ein nettes Lächeln zurück und fühle mich ganz wohl. Aber es ist natürlich komplett neu hier für mich. Manntle Haugen, bitte być militar. Ja, bitte this happened. Deutschland ist membership eingesch prison. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. ja aufpassen hier Leute, das ist eine Straße da läuft hier mal mit deutschlandem Mütze rum ja man kann ja alles quasi kaufen Kallen Höp Es ist ein Aromatizante. Ich bin hier. Ich bin hier. Und schon hier. Musik Musik Musik